auch noch kommt raus da da den da und wir haben ihn so Toolboxen Basic Machine so ja so langsam wird es hier drinnen ziemlich eng ich weiß auch nicht so wirklich wie ich das fortsetzen sollte hier drinnen oder eben nicht mehr hier drinnen ich kann die durch Glasfaser ersetzen und dadurch etwas mehr Power geben na da ist auch nichts mehr drin schön 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ok das ist sinnlos 5 so na geht da rein und mach es oh ja ist eigentlich ja egal so metal former das ding haben wir schon mal gut Kennen Ning Machine da nein das wollte ich jetzt nicht ich möchte das Rezept Sinn Item Chasing gut zinn das passt auch genau weil es davon genau 2 gibt 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 geben tut zack zack drauf damit metal from juhu tin cane habe ich hier noch irgendwas drinnen nein dann kann das ding wieder hier rein so eine Canning Machine wird wie gebaut Basic Circuits Basic Machine Casing so langsam werde ich Akku auf die Teile wie so immer die 1,2,3 zack Cutten ich brauche 2 ne Dummheit schriftst vor Strafe nicht oder irgendwie so so no ich weiß die sind eigentlich für was anderes bestimmt gewesen aber kann ich mir noch 2 machen so und das war's und zack und zack und zack Canning Machine boom so hier kommt das nächste Teil hin dann habe ich hier so eine richtig schöne Maschinenleiste so was sollte ich machen put on the left side in flow in rich mode put in the canning machine put water on the left side and cf powder in the middle gut cf powder then you put a cf sprayer in the middle ok ok was sind denn das für geile sachen egal canning machine ist und auch hier ist die facture gebot ss ja oder Artmark Forest Stone Reinforced Stone Okay, das kann ich gar nicht mal machen Ähm Ja Ja, irgendwie geil Achso Okay Ich versuch's einfach mal Ich mach einfach mal CF Powder CF Powder, Sand Stone Dust Stone Dust machte man Nein Wieso Nur Wieso Nur Kann man nicht einfach Stones In dem Macurator tun Dann gucken was da rauskommt Boah, ich mach mir die einfach hier hin Die Zentrifuge Das Ist mir Ah, da kommt Sand raus Super Das ist mir sowas von Piep mit Zigar Weg mit euch Ich kann euch nicht brauchen So Inventory Shield Mode So Äh Thermal Nein 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 Äh Äh So Zack Inventory Fertig Zurück Das Ding Kam genau Hier hin Jetzt brauch ich aber noch Iron oder irgendwas anderes Um das Ding zu befeuern Gold So, da ist nichts mehr drin Gut Ich glaube noch nicht mal mehr, dass ich Wenn ich so weitermache Mein Ziel von Irgendeinem Allein schon von dem Komm Wie heißt es Ich vergesse Namen Ich bin doof Habe ich hier irgendwas, was ich damit nutzen kann Nein Warte mal, das bedeutet Dass ich hier wieder so lange warten muss Bis ich dieses scheiß Ding verarbeiten kann Weil es einfach nur Komm Raus damit Und Es nützt aber nicht sehr viel Wette ich mit euch Zack Sieht alles aus Außer Das Ding Und das Ding braucht wieder so viel Energie Ich möchte das Ding eigentlich irgendwie ausstellen können Nur ich weiß nicht wie Ohne dass es kaputt geht Das hängt ja da dran Das hängt genau da dran Das ist also Kann ich einen Schalter machen Na Komm rein und verrecke So kann ich einen Schalter machen Hallo Da Ein Stück Plus ein Stick Und dann einfach Oder so ging das doch Ja Leveler Nein Behalt die Teile So Gut Geht sogar Schön Jetzt muss ich das Ding erstmal wieder aufladen So richtig schön Damit das weiter funktioniert So wie mache ich jetzt dass das wieder da ankommt Das ist ja schon eine Million Die sicherlich hier gut gebraucht werden könnten Ich habe dummerweise gerade nichts Oder kann ich die Teile da reinstecken Mein Nanoshoot Hermit zum Beispiel Äh Frage ist wo Nein Schade Hm 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 Und ein Energy Crystal kann ich jetzt auf Anhieb auch nicht bauen Weil ich nur einen habe Genau Hm Okay Hm 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 Hm